Hallo, mein Name ist Daniela Schmuck. Ich komme aus Deutschland. Meine Heimat ist Berlin. Aber ich habe auch viele Jahre im schönen Allgäu gelebt, woher meine Liebe zur Natur und zur Berge entstanden ist. Jetzt lebe ich seit langer Zeit in den Niederlanden und bin für Poolingpartners tätig. Von hier aus möchten wir Ihnen gerne bei der Zurückgabe von Paletten behilflich sein. Unsere Telefonnummer ist 0049 2333 975 39 02. Wir helfen Ihnen gern.